Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Quick Guide, heute mit der brandneuen Maschine von Stern und zwar dem Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Half-Shell, Turtle Power. Normalerweise zeige ich das Kabinett nicht, aber bei diesem Artwork konnte ich es mir nicht nehmen lassen, weil ich einfach mit den Turtles groß geworden bin und ich die auch einfach abgöttisch liebe. Sieht man aber auch am Playfield, es ist grell, es ist hell, es ist bunt und genauso muss es auch sein. Also es ist wirklich klasse gemacht, klasse umgesetzt, auch mit den ganzen Figuren da drin. Auch wir haben diese Pizzascheibe, die sich dreht, die magnetisch ist oder natürlich auch das Turtle-Mobil, was auch in dem Premium und LE noch aufgeht. Also es ist wirklich eine ganze Menge zu tun. So, wir starten ein Spielchen, wir können hier klassisch abziehen oder wir können natürlich auch wie bei allen anderen Stern-Geräten bei den neuen Action-Button hier auf der Lockbar benutzen. An der Stelle natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die KMS Handels GmbH, dass ich vorbeikomme, durfte zum Film. Also der Flipper ist auf jeden Fall ein Mörder. Allein schon wegen dem Thema ist der für mich absolut, also ich liebe den abgöttisch, jetzt schon. Und was müssen wir hier machen? Wir haben hier mehrere Episoden zu spielen, acht an der Zahl. Man sieht auch hier, gegen wen wir hier kämpfen müssen und der Final Battle ist natürlich nachher gegen Shredder, den wollen wir natürlich am Ende besiegen. Aber auch hier wieder das Artwork ist einfach großartig, wenn ich mir hier allein schon Rocksteady und Bebop angucke, das ist wirklich geil gemacht. Wir müssen aber nicht nur diese acht Episoden spielen, es gibt noch jede Menge andere Sachen. Das sehen wir auch zum Beispiel zwischendurch auf dem Screen, wenn wir was geschafft haben, was wir noch alles machen müssen. Also die Kombos sind hier auch wichtig. Am Anfang, bevor wir anfangen, müssen wir uns einen der vier Turtles aussuchen. Ich habe jetzt mein Liebling genommen, Michelangelo. Und das ändert sich dann auch immer. Gerade auch beim Training fängt es schon an. Wir haben ja auf der linken Seite diesen Layer. Da müssen wir oft genug gegenspielen und das müssen wir auch schnell machen, um dann auch Training zu beleuchten. Jetzt können wir den linken Flipperfinger hochziehen und dann mit dem rechten einfach da drunter. Das ist nicht ganz so leicht. Also das ist nicht mein erster Versuch gewesen. Da habe ich auf jeden Fall geschnitten. Und dann beginnt hier das Training. Und das Training ist, wie gesagt, bei jedem Turtle anders. Und das Schöne ist auch, dieses Training bei Splinter hat mehrere Stufen. Und jedes Mal, wenn ich halt eine neue Stufe erreiche, dann schalte ich auch einen neuen Bonus frei. Und dieser Bonus ist, wie gesagt, bei jedem Turtle auch anders. Und das ist auch das Coole dabei, dass man halt, wie gesagt, mit vier Turtles spielen kann. Und es ist eigentlich immer was anderes. Also das ist wirklich gut umgesetzt. Wenn es schon beleuchtet ist, das Training, dann ist hier Playfield mal zwei, wird dann beleuchtet. Das ist in der Mitte. Sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen. Insbesondere, wenn man kurz vor der Multiwahl steht, dann ist auf jeden Fall so ein Bonus-Multiplikator nicht verkehrt. Ich finde die Animation ähnlich schlecht zwischendurch. Man hat auch hier immer angezeigt, was zu machen ist. Auch bei so einer kleinen Animation mit dem Skillshot fange ich schon an zu lachen. Wenn wir jetzt die rechte Rampe spielen, dann können wir auch die Episoden beleuchten. Die Episoden haben dann auch immer kurze kleine Videos, die auch relativ cool sind. Und es wird einem aber auch, wie jedem Flipper, immer wieder erzählt, was man machen muss. Hier müssen wir jetzt zum Beispiel diese Dimension X-Targets treffen, um hier diesen Gegner zu besiegen. Die sitzen links an der Rampe, kann man ja sehen. Wenn ich die treffe, kann ich nachher auch diesen Gegner besiegen. Nochmal zurück zum Skillshot. Hier oben ist wieder eine Lane beleuchtet. Wenn ich die treffe, kriege ich die Punkte. Ich kann natürlich auch die linke Flipper-Taste gedrückt halten für den Super-Skillshot. Ich kann es natürlich auch hin und her stellen, da oben die beiden Lanes. Habe ich beide, kriege ich einen Bonus-Multiplikator. Auch wichtig. Direkt gegenüber von Layer haben wir hier das April-Target. Das müssen wir auch oft genug treffen. Um ins Endspiel zu kommen, müssen wir das auch fünfmal voll haben. Und viel wichtiger ist, wenn wir es voll haben, kriegen wir an den Außenbahnen Battle Again beleuchtet. Ist nichts anderes als ein Ball-Safe. Viel, viel wichtiger. Aber auch hier sind diese Kombos. Weapon und dieses 1, 2, 3 haben wir auf der gegenüberliegenden Seite genau dasselbe Spielchen. Da haben wir auch diese Weapon-Hurry-Ups, die wir beleuchten können. Und diese Waffen-Kombos, die müssen wir halt auch alle spielen, um ins Endspiel zu kommen. Und die sind ebenfalls wieder verschieden von Turtle zu Turtle. Man sieht auch hier, wie sich diese Inserts von der Farbe her ändern. Wenn man am Anfang auch seinen Turtles aussucht, dann sieht man auch, welche Schüsse wichtig sind. Hier links der Loop, rechts gegenüber mit dem Spinner. Auch, also da kann man die einzelnen Trainings wieder spielen und natürlich auch die Weapons. Schwieriger wird es dann bei diesem 1, 2, 3. Also erstmal die 1 haben wir normalerweise auf der rechten Rampe. Und dann ist es auch verschieden, wo wieder die 2 und die 3 sitzt. Kann sein, dass man dann auch die linke Rampe spielen muss. Oder man muss hier mit dem linken Flipperfinger oben dann versuchen, die mittlere Rampe und den Loop zu treffen. Das sieht man in der nächsten Aufnahme ein bisschen besser. Weil die beiden sind nämlich auch nicht so leicht zu treffen. Aber das hängt, wie gesagt, ab, welchen Turtles ihr spielt, welche 1, 2, 3-Kombo ihr nachher habt. Hier nochmal das Ziel links neben der Rampe. Da haben wir nochmal dieses kleine Pizza-Ziel und auch Add Time. Das ist auch wichtig, auch zwischendurch spielen. Und habe ich die Pizza oft genug getroffen, startet hier so ein kleiner Mini-Modus mit Pizza-Eating-Contest. Also hier muss ich schnellstmöglich den Action-Button drücken. Also auch arschwitzig gemacht. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache. So, jetzt kommen wir zu dem Multiball, den ihr am schnellsten erreichen werdet. Diesen Ninja-Pizza-Parler-Multiball. Also wenn der beleuchtet ist, hier einfach unter das Turtle-Mobil spielen. Drei Kugel einlocken, das kennen wir klassisch. Und allein der Beginn von dem Multiball ist schon super witzig gemacht. Der linke Flipperfinger wird oben automatisch angezogen. Die Kugeln kommen hier runter, kommen auf die Pizza, sind magnetisch. Jetzt wird sich hier gedreht. Wir kriegen eine vierte Kugel, müssen das jetzt wieder abschießen. Um dann den Multiball speziell dann auch zu beginnen. So, und auch hier, wie gesagt, ist bei jedem Turtle anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel Michelangelo auf Level 4 habe, dann kriege ich hier auch im Multiball mehr Punkte. Bei Leonardo, der hat auch andere Fähigkeiten. Also ich finde, wie gesagt, dieses Prinzip, dass man halt vier verschiedene Turtles hat und dass man auch zusammenkämpfen kann, ist einfach sehr gut umgesetzt. Also mir gefällt der Flipper wirklich sehr, sehr gut. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Ich sage Kawabanga und bis zum nächsten Mal.